Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu YouTubers Live. Ähm, waren wir Nummer 1 Netzwerk? Netzwerk? Ja, sind wir. Okay, wir brauchen also drei Product Placements und einen Besuch bei irgendeiner Veranstaltung vom Netzwerk aus. Und, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Es ist ein bisschen her. Ähm, konnten wir nochmal unseren Rechner aufrüsten? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann machen wir das jetzt gleich einmal. Oh Gott, Greenscreen war gerade total am Abspacken. Gut, ähm, Ergebnis anzeigen. Erstmal wieder ein bisschen Cash kassieren. Ich hab hier was gesehen. Eine Tastatur. Warte, erst mal CPU gucken. CPU? Oh! Ähm, bezahlen. Ja. So mussten wir uns kein neues Konto machen und haben kein Dings verloren. Kein Abonnenten. Und rüsten wir den Rechner hier komplett wieder auf. Alter. Das kostet alles sehr wenig, sehr viel, ne? Merkt das selber. Krass. Neu Schnittprogramm vielleicht? Nein. Okay. 4.000 Dollar. Okay. So, wo sind die anderen Rechner? Wir haben vier Stück, ne? Ja. Hier ist noch einer. Okay. Aufrüsten. Dann ist da noch einer. Dann dürfte oben bestimmt noch einer sein, oder? Ich schätze schon. Ich schätze schon. Und ich weiß, das Video hier kommt ein bisschen sehr spät. Aber... Ja. Ich tue beleid. CPU. Die beste CPU, bitte. Beste Tastatur. Beste Monitor. Beste Maus. Die beste Webcam. Das beste Mikro. Okay, wir haben bald kein Geld mehr. Krass. Aber es ist ja Anfang des... Das ist alles doch voll okay. Beste Kopfhörer bitte auch noch. Können wir nicht mehr gönnen. Scheiße. Können wir uns das Schnittprogramm gönnen? Ähm, was? Kopfhörer raus? Okay, nein. Dann muss das Mikrofon raus. Dann können wir die Kopfhörer noch gönnen. Dann merken wir uns... Hä? Das Mikrofon raus. Wir müssen... Jetzt erst mal Videos machen. Ähm... Erst mal wählen wir kurz ein Spiel. Haben wir überhaupt noch ein gutes Spiel? Ja, das ist noch... Voll okay. Verkaufen wir das mal. Davon haben wir schon... Oh, viel zu viel gemacht. Schon mal ein neues Spiel. Ähm... Einkaufen. Welcher ist heute? Der 5. September? Okay. August, Juli... Juli... Wird das besser sortiert jetzt? August, August... August... 5. September. 5. September. Okay. Holen wir uns. Und dann machen wir dazu gleich ein Unboxing. Ähm... Erst mal... Gehen wir eine Runde schlafen. Dann eine Runde essen. Und... Ja. Ja. Hatte ich schon gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass das Video ein bisschen sehr spät kommt. Ach... Weiß ich nicht. Aber ja, ich war... Gestern... Ich weiß, dass ich aufnehmen muss. Äh... Ich war gestern... Noch bei der Abschlussfeier von Flo's Klasse. Und... Ich war erst ziemlich spät zu Hause und hab heute halt einfach mega lange gepennt. Das war total abnormal. Aber ich brauch den Schlaf auch. Ich bin gestern um 6 aufgestanden wegen dem Falschumsprung. Was im Endeffekt leider nicht geklappt hat. Nein, ich wollte nur Unboxing... Verdammt. Okay, Moment. Dann machen wir halt... Machen wir eine Preview. Arbeitsplatz 1. Holocam. Außenfeter. Und Mono-Ausgabe. Nennst Preview. Ja. Okay, das können wir gleich erst machen. Okay. Ähm... Du hast ein neues Spiel gekauft. Intro mit Effekten. Okay, wir brauchen... Ähm... Nehmen wir mal den langen Kommentar. Okay, dann brauchen wir... Wütend. Wir haben nichts Wütendes. Dein Ernst? Nehmen wir das. Konstruktive Kritik. Ausschnitt. Lustiger... Ach, unlustiger Kommentar. Okay, nice. Professioneller Kommentar. Passt. Äh... Lustiger Kommentar. Passt nicht, okay. Segenänder Kommentar. Ich muss meine Punkte halt ein bisschen sparen. Okay, komm. Nice, haben wir. Sarkastischen Kommentar. Wir haben das Bild. Schöne Sache. Äh... Haben wir auch? Wir haben echt zu wenig Punkte. Wir müssen unbedingt mehr Glühlampen bekommen. Äh... Wir brauchen unbedingt davon ein bisschen mehr. Ja, jetzt können wir nichts mehr machen. Scheiße. Wieso kann ich die... Warte mal. Dann mach mal eben Pause. Mach mal eben Pause. Du sollst... Wieso kann ich das... Och Mann. Wo bin ich eigentlich? Egal. Das machen wir auf jeden Fall rein. Dann kommt das auf jeden Fall mit rein. Ähm... Dann ist davon ja das hier am besten. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mit rein. Dann das. Das und das. Ja, dann brauchen wir unbedingt das hier. Äh... Davon ein bisschen was. Ja, wir brauchen noch mehr davon. Dann noch ein Titel. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Farbe. Rendern. Interesse ist super. Okay, perfekt. Das ist schön. Aber wir persönlich machen halt einfach viel zu wenig Videos. Mach ein Video. Machst dazu bitte ein Gameplay. An Arbeitsplatz 2. Jo. Ist okay. Und wo ist sie? Sie ist da. Okay, mach ein Video. Gameplay. Arbeitsplatz 3. Okay, unser Video ist gleich oben. Dann können wir auch gleich ein neues Video machen. Äh... Nachdem wir schlafen waren und essen. Okay, Video ist oben. Schön. Wir bräuchten irgendwie langsam mal irgendwas von unserem Netzwerk. Das lange war das Spiel Kung Fu Car. Wurde von Sega Muster Drive. Veröffentlicht, okay. Würde ich sagen, gehen wir einkaufen. Hm... Verweigern. Oh, Alter, das hat viele Abonnenten gebracht. Heilige Kacke. 5% ist bei so einer Anzahl halt einfach echt schon ziemlich viel, ne? Da war irgendwas 6. September gerade. Irgendwo war gerade ein 6. September Spiel. Topseller? Das ist 5. September. Das haben wir nicht gekauft, okay. Da, 6. September. Nice. Aber es ist der 9. mittlerweile. Heilige Kacke. Ähm... Warte, Sega Muster Drive, ne? Haben wir die eigentlich? Nein, die haben wir nicht. Scheiße. Ähm... Ja, bezahlen, komm. 100 Dollar. Ist okay. White Bands Netzwerk an den Gebote. Ja, machen wir. Review zu dem Spiel. Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Ist zum 21. September. Da können wir sogar noch ein Unboxing machen. Das ist schön. Wir haben kein Geld mehr. Zeige das Ergebnis. Hochlade bitte. Oh, verdammt, ey. Das ist, äh, ein bisschen scheiße gerade. Wachen wir davon mal ein Unboxing. Arbeitsplatz 1. Holocam. Auch Syncfeater. Omniausgabe. Unboxing. Okay. Okay, erst fertig mit seinem Video. Nein, zeige das Ergebnis. Nice. Ja, ist okay. Komm, laden wir hoch. Gucken wir auf uns. Und machen das Video. Oh Gott, das hat 13 Punkte gekostet. Shit. Das ist, alter Vater. Äh, nehmen wir einen sinnlosen... Nein, wir nehmen den Kommentar. Oh, darf ein bisschen mehr. Haben wir nicht. Okay, scheiße. Nice. Sarkastischer Kommentar. Äh, Fach... Oh, verdammt, das kostet so viel Punkte, Alter. Das ist ja unglaublich. Warum kostet das so viel? Ladebildschirm. Nehmen wir den unlustigen Kommentar. Irgendwas damit, irgendwas damit. Was bringt noch viel? Nehmen wir den professionellen Kommentar. Nice. Wir können gleich den Bug wieder anwenden. Yay. Schön. Finde ich cool. Ich weiß, ich wollte es ja eigentlich vielleicht nicht mehr machen, aber ist egal. Ich finde es witzig. Es ist ziemlich cool, diesen Bug anwenden zu können. Pausieren. Weitermachen. Pausieren. Weitermachen. Pausieren. Weitermachen. Ich feiere das ohne Witz einfach. Okay, wir sollten es jetzt aber nicht mehr so lange machen, denn wir brauchen ja... Ähm... Den... Das brauchen wir eher nicht. Wir brauchen ja das. Genau. Können wir daran das anknüpfen? Das brauchen wir auf jeden Fall drin. Was machen wir denn noch rein? Wir brauchen ein bisschen mehr davon, ja. Das Video wird so so eine scheiße... Total scheiße Nachbearbeitung bekommen, aber... Egal. So. Würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall das. Davon noch ein bisschen was. Noch ein bisschen mehr davon. Und einen Titel wählen. Rendern. Unboxing. Okay, wir brauchen jetzt... Was? Eine Review brauchen wir, ne? Dann machst du bitte ein Video. Dann machst du zudem bitte... Eine Preview. Arbeitsplatz 3. Fortsetzen. Und du... Machst bitte... Ein Gameplay. Arbeitsplatz 2. Und wenn unser... Warte, wir machen... Eine Runde... Gehen eine Runde schlafen. Essen. Nein, ich will mich nicht unterhalten. Nice. Neuer Punkt. Neuer Skillpunkt. Das war... Hier? Dual. Was war denn das mit dem Walkthrough und so? Das war hier, oder? Ja, genau. Okay, dann müssen wir den Zweig gehen. Ja, müssen wir den Zweig gehen. Dann können wir danach den Walkthrough und danach... Speedrun später auch noch machen. Okay. Yeah. Ähm. Dann machen wir gleich auch ein Gameplay, nachdem wir essen waren. Sie macht eine Preview. Eher Gameplay, wir Gameplay. Passt schon irgendwie. Mhm. Auf Arbeitsplatz 1. Richtig. Nein, nicht Omniausgabe. Nein, wir nehmen die Mono-Ausgabe für den Gameplay. Gameplay 1. Egal. Ist ja egal, wie es heißt. Ist ja egal, wie es heißt. Muss warten, bis man fährt. Oh, dein Ernst? Okay, dann soll er Hähne machen. Dann soll er Hähne machen. Ergebnis anzeigen. Oh, wir kriegen wieder Geld. Wir können unsere Miete auch wieder bezahlen. Passt. 5.800. 73. Dein Ernst? Wir... Uns fehlen 3... 23 Cent. 23 Cent. Dein Ernst? Spiel wen? Äh, nein. Nein, 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 gar nicht. Video fortsetzen. Genau. Okay, ähm... Ach, das macht am wenigsten Punkte weg. Wir sollten vielleicht ein bisschen weniger Punkte reinnehmen, oder? Bisschen Sachen mit ein bisschen weniger Punkten. Okay, wir nehmen das hier, denn das gibt mal zwei. Nice. Okay, haben wir nichts. Scheiß, die Wand dann. Ähm... Haben wir auch... Was ist denn? Warum wird hier nichts angezeigt? Komm, jetzt aber. Haben wir... Was? Haben wir nicht? Wieso wird das... Ich... Ich fass es nicht. Äh, wir nehmen das. Danke. Danke. Ja, Philosoph... Oh, den müssen wir gleich unbedingt mit reinnehmen. Das macht super was. Also, es bringt super Punkte. So. Wir brauchen echt mehr Glühbirne, ne? Und wir müssen irgendeinen Rechner reparieren. Ich weiß noch nicht welchen. Zeige das Ergebnis. Hochladen. Zeige das Ergebnis. Hochladen. Äh, zack. Was nehmen wir dann? Das ist schlechter. Wir nehmen das. Das macht, glaube ich, den meisten Sinn, ne? Ähm. Dann nehmen wir das mit rein. Damit das an den hier anknüpfen kann. Und wir packen das hier mit rein. Das fügt dann an den hier an. Genau. Und... Das... Work to... Was brauchen wir ein bisschen? Oh, wir brauchen ein bisschen Sound. Dann brauchen wir noch mehr Sound. Viel mehr Sound. Davon brauchen wir noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, noch mehr Sound. Und wieder ein Titel wählen. Passt. Ja. Hochladen. Dann machen wir gleich noch ein Video. Noch nicht. Erstmal gehen wir eine Runde schlafen. Und eine Runde essen. Dann machst du ein Gameplay. Das Video hat wieder voll den Hype bekommen, Alter. Welcher Rechner ist denn im Arsch? Oh. Aber jetzt wird es drei. Mann. Ist es der? Nein. Ist es der? Nein, es ist der oben, ne? Ja, reparieren lassen. Essen. Zack. Spaghetti. Okay. Und dann machen wir ein Video. Und zwar eine Review. Auf Arbeitsplatz 1. Richtig. Fortsetzen. Jopp. Und da macht er hier. Können wir gerade nicht einsetzen. Okay. Ja, wir müssen warten, bis unser Partner fertig ist. Richtig. Äh, äh, ähm. Okay, wir können weitermachen. Dann machen wir das jetzt. Oh, wir brauchen... Und jetzt nochmal die Karten irgendwie umändern oder so. Ja. Wäre auf jeden Fall... Eine Maßnahme. Damit wir ein paar mehr Karten haben, die... weniger Punkte verbrauchen. Aber es sieht momentan ziemlich gut aus. Ja, okay. Wir brauchen unbedingt das. Ja, nice. Schöne Sache. Äh. Gut. Was brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Titel, ne? Ja, Titel wäre noch ganz gut. Also, Skript. Oh, es kostet 12. Können wir gerade so nehmen. Krass, Mann. Weiter. Netzwerkangebot. Ähm, ja. Müssen wir ja machen. Okay. Das wählen wir. Dann brauchen wir... Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen mehr beeilen, ne? Nehmen wir das auf jeden Fall rein. Nehmen wir das. Danach snacken wir uns... Äh, das. Damit wir das daran fügen können. Und dann das genommen wird. Ne. So machen wir das. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall... Das. Und das. Bisschen Sound wäre auch nicht schlecht, ne? Können wir noch irgendwie Sound reinmachen? Ja, Sound nochmal reinmachen und Titel wählen. Rendern. So, das Review kommt rechtzeitig hoch. Super. Das Spiel öffnen wir. Machen dazu kein Unboxing. Zeige das Ergebnis. Nice. Okay, dann machen wir ein... Warte, wir brauchen Gameplay zu dem Spiel, ne? Genau. Dann machen wir ein Video. Und zwar ein... War das Exciting Piano? Warte mal. 21. Das war... Das machen wir ja gerade hoch, ne? Ja, das haben wir ja gerade... Das hauen wir gerade hoch. Und das ist Exciting Piano. Okay. Äh, könnt ihr mal runtergehen, bitte? Okay, er ist unten. Wir müssen eine Runde schlafen und eine Runde essen. Dann machst du bitte... ...eine Preview zu dem Spiel. Auf Arbeitsplatz 1 meintet wir... Nee, auf Arbeitsplatz 3. Ja. Ja. Und du... Wo ist sie? Ach da. Machst ein Video. Und zwar ein Gameplay. Zu dem Spiel. Und zwar gerne auf Arbeitsplatz 1. Denn das ist der beste Rechner. Damit das Preview auch das beste Preview wird. Nee. Müssen wir... Das zu machen am besten. Ja, wir haben einiges an Geld. Wir können gleich nochmal ein bisschen einkaufen. Und... Ja, dann kaufen wir einen Rechner. Das ist Rechner 3, ne? Genau. Gehen wir Rechner 3 nochmal ein bisschen aufrüsten. Und... Ähm... Moment. Kommentare. Gehen wir raus. Kommentare. Das ist das Gameplay. Und das... ...ist die Review. Ach so. Es wird erst am 21. Wahrscheinlich auch abgerechnet. Dein Ernst? Verdammt. Stimmt. Der macht das ja an Arbeitsplatz 3. Okay. Dann müssen wir halt warten. Obwohl. Dann rüsten wir halt den Rechner noch auf. Na 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 na. Da 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 da. Ach ja. Gut. Okay. Mach hin. Ja. Er hat das Video fertig. Gucke ich mir gleich an. Ähm... CPU. Das. Tastatur. Das. Monitor. Das. Maus. Das. Webcam. Zack. Kaufen. Mikro. Kopfhörer. Kopfhörer. Danke. Schnittprogramm. Zack. Okay. Nein. Tut mir leid. Ich möchte nicht ins Kino. Netzwerkangebot. Du hast das Video noch nicht veröffentlicht? Hä? Natürlich. Hä? Wir haben doch... Japanese... Hä? Klar. Okay. Moment. Jetzt bin ich echt verwirrt. Wir haben das Video doch gemacht. Und exciting piano, ne? Gameplay. Exciting piano. Ich weiß nicht, wie viel... Oh, verdammt. Ich weiß nicht. Shit. Wir müssen doch auf die Views achten. Oh, Mann. Wir haben neues Level erhalten. Okay. Cool. Shit. Darauf habe ich... Oh, Mann. Dann lag es wahrscheinlich gerade daran, oder? Kacke. Okay, das Video darf nicht weniger als 712.000 oder 23.000 oder so halten. Views. Shit. Shit. Shit.